Die Influencer, die extra Bilder posten, die beim Arzt sind und alle fragen, oh mein Gott, was ist los? Aber bei mir, ich habe nur einen marokkanischen Stinkezahn im Verfaulten, aber der Zahnarzt kommt mit den Schäfen, der meint wegen den Herbst, das geht nicht, weil man muss da so den Mund aufreißen. Ich wollte eigentlich sagen, Bruder, ich bin es gewohnt, meinen Mund aufzureißen, weil ich bin am Lutschen bei jedem und deswegen mach einfach. Ach, meint der, nein, kriegst nächsten Termin. Unser Zahn und ich, wir sind Feinde, wir haben Beef, egal. Ich bin aber auch so ein richtig ehrenloser Alter, obwohl ich weiß, dass selbst ein Esel bessere Zähne hat als ich, scheiße ich auf Zahnpflege, schlafe mit Stück Schokolade im Mund ein, manchmal. Aber sobald die Zähne anfangen, weh zu tun, kaufe ich so Zahnpflegeprodukte, Paracetamol, dann kümmere ich mich um meine Zähne mehr als um meine Mutter, Alter. Heilige Scheiße, verdammt! Seit kurzer Zeit empfange ich auf Instagram keine Privatnachrichten mehr. Entweder mein Gott, verdammter Hype ist vorbei. Oder da ist irgendwas. Ich mein's ernst, ich krieg keine Nachrichten mehr. Tut etwas! Baby-K-Abi, ich vermisse euch so sehr. Seit drei Tagen keine Nachrichten mehr. Keine Likes. Oh, heilig.